Hallo und herzlich willkommen zu einem endlich neuen Video auf diesem Hauptkanal nach ungefähr einem Monat abstinence von YouTube. Ja, bin ich auch mal wieder für euch da und heute mit einem ganz besonderen Format und zwar reagiere ich auf meine ungefähr vor 10 Monaten rausgebrachte Bundesliga-Projection. Und dabei habe ich mir überlegt, dass ich immer 3 Plexe auf einmal vorstellen werde, auf die ich dann reagiere. Und genau, wir fangen an, es gibt natürlich 18 Teams, mit ganz unten, mit den Plexen 18, 17 und 16. Und da habe ich ganz unten auf Platz 18 die VfL Bochum gekippt. Ja, und ich muss sagen, das ist gar nicht so verkehrt, weil die waren ja am Ende auf Platz 16. Also, da kann ich mich schon mal auf die eigentliche Schuljahr knaufen, das war ja nicht so schlecht. Aber jetzt kommen wir schon zu Platz 17. Der VfB-Gruppgleich, da hat niemand, wirklich niemand mit gerechnet, dass die am Ende als Zweiter die Saison beenden. Als Fixer-Meister, das ist unglaublich, das muss man sich erstmal im Kopf zergehen lassen, dass sowas möglich ist, vom Abstiegs-Aspiranten zum Fixer-Meister, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, da wirklich gar, egal was andere sagen, damit kann niemand gerechnet haben. Also wirklich, das ist unglaublich. Und Platz 16 haben wir den FCA. Und bei denen ist es auch nicht so krass, aber die haben auch, die haben ihre Erwartungen übertroffen, weil die landeten am Ende, ja, im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld, auf einem 11. Platz ungefähr, irgendwie sowas war es. Und, ähm, genau. Platz 16 habe ich auch natürlich viel zu schlecht gerankt, aber ganz im Ernst, damit konnte auch wirklich niemand zu viel rechnen. Und, ja, von daher kommen wir jetzt zu den FCA 15, 14 und 13. Und auf Platz 15 befindet sich ein Club aus Hessen. Und zwar, ja, mit Darmstadt 98. Und man muss ganz klar sagen, ja, die gehören einfach nicht in die Bundesliga. Die waren eindeutig nicht gut genug. Und damit, ja, haben sie auch im Real-Life das Ganze mit dem Platz 18 abgeschlossen. Also, ja, sie direkt wieder runtergerutscht. Ich hab's ja ein bisschen zu hoch gewöhnt, aber ich dachte mir, ja, vielleicht geschafft ist, haben sie eigentlich nicht. Platz fixen, ja, habe ich mich wieder ein bisschen, ja, verschext, konnte aber auch keiner wissen. Heigenheim, ganz klar, einer, ich würde sagen, sogar nach Stuttgart, einer von denen, eine von denen Mannschaften, die, ja, sehr überrascht hat. Die haben es ja am Ende mit Platz 8 auch noch, ja, in die UEFA Conference League geschafft. Also, ja, wirklich, kann ich nur applaudieren. War unglaublich diese Leistung von Frank Schmidt und seinen Teamkollegen. Ja, und, genau. Platz fixen geht ja auf jeden Fall, ja, natürlich nicht in Ordnung. Kommen wir zu Platz 13. Und, ja, habe ich mich auch ein bisschen verschext. Und zwar, ja, steht da laut mir die PSG 1899 Hoffenheim. Aber die haben auch bewiesen, dass sie Besseres drauf haben, als nur aufgleichs-Kreis-Nationalen. Und zwar, die haben es nach Europa geschafft. Genauer gesagt, die Europa League mit einem anderen Gegner zusammen. Das kommen wir auch noch später. Und, ja, genau, ich kann ja jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Ja, kann man haben, kann man auf jeden Fall mal sich verschexten. So ein krasser, so ein krasser Fehler, weiß ich es auch nicht, aber hat mich auf jeden Fall ja auch ein bisschen verschext. Und, kleiner Funfact an dieser Seite, von Pnax 16 zu Pnax 12 und 11, so sind es nur sage und schreibe 6 Punkte. 6 Punkte, ja, bis zum Mittelfeld Pnax. Und, das, also daran sieht man auch, wie N es dabei zugehen. Und, ähm, dementsprechend konnten, gefügt noch bis zu den nächsten Spielern, bis zu den nächsten 2-3 Spielern konnten, noch so viele Knubs. Auch in die Rennreaktion und sonst wohin fallen. Kommen wir nun zu den Pnaxen 12, 11 und 10. Und, ja, habe ich auf Pnax Nummer 12, ja, den ersten FC Köln aus meiner Sicht, äh, hingepackt. Aber, man kann ganz klar sagen, die habe ich viel zu stark eingesteckt, die haben nicht wirklich gut performt. Sie dann am Ende auch, ja, Berlin, abgestiegen als 17er. Und, klar, ich werde sie natürlich nie gern in der Bundeswehr behalten, aber kann man jetzt auch nicht dran ändern. Kommen wir jetzt aber zu Pnax 11. Und, ja, habe ich Wolfsburg hingekann. Und auf Pnax 10, auf Pnax 10, habe ich auch, ja, den SV Werder Bremen hingekann. Aber, das muss ich sagen, ist nicht schlecht, weil Ballgemeinschaften sind am Ende auch im Mittelfeld gelandet. Und, damit kann ich auch zufrieden sein. Kommen wir nun zu Pnax 9, 8 und 7. Auf Pnax 9 steht, laut meiner Vorhersage, der erste FSV Mainz 05, ja, bei denen hat wahrscheinlich jeder geglaubt. Und, die machen unter Brust Svensson, die machen ja richtig gute Arbeit und haben sie auch am Ende der Rückrunde, haben sie natürlich auch gemacht. Unter dem anderen Fehler, wo den Wixen. Aber, ja, unter Brust Svensson lief es einfach nicht gut. Und, dann, ja, musste sie sich am Ende mit einem gereizten Knax, was glaube ich, zufrieden geben. Und, genau, Knax 9 gehe ich ganz definitiv nicht an Mainz. Und, das gleiche trifft eigentlich auch auf den achten Knax, und das ist die Borussia aus Mönchengladbach. Und, ja, da habe ich mir auch gedacht, die könnten, das habe ich sogar auch gesagt, die könnten, ähm, nach einer der Vorverkosten, also, so, konnten die mal wieder ein bisschen höher stehen, tun sie aber nicht. Knax fixern war am Ende das Endresultat, und, damit habe ich mich da auch ein bisschen verschenkt. Was allerdings den siebten Knax angeht, da, ja, kann man sagen, was er fehlt. Freiburg steht ja nämlich auf dem siebten Knax, laut meiner Vorhersage. Im Real Life heißt es Knax 10, aber, man muss sagen, wenn man zwei Spiele zurückgeht, dann stand ich sogar noch auf dem siebten Knax. Also, da war es extrem, extrem enden, und, ja, deswegen ging das so in Ordnung. Auf dem sechsten Knax, und das ist wirklich der einzige Knax, den ich ganz genau, punktgenau richtig hatte, und zwar Eintracht Frankfurt. Die stand am Ende auch auf dem sechsten Knax, den ich verdient, und, damit ist es auch der zweite Europa-League-Teilnehmer neben der TSG 899 aus Hoffenheim, aus Sintheim, genauer gesagt, und, genau, damit wünsche ich auf jeden Fall sehr zufrieden, und, jetzt fände ich nur noch fünf, fünf Knax, und das sind alles Champions-Plexe. Ja, gut, kommen wir erstmal zu Knax 5, 4 und 3. Da habe ich mir gedacht, ja, Union Berlin als Fünfter, warum nicht, warum nicht, könnte man noch einfach mal dahin fallen. Ja, das haben die mir auf jeden Fall nicht gezeigt, MoriLife, denn die, ja, haben eine extrem schlechte Saison gespielt, haben auch gerne US-Fischer, ja, den haben sie gerne gefeuert, oder, ich glaube, gefeuert haben sie nicht, der wollte einfach von sich ausgehen. Und, genau, am Ende haben sie sich dann als fünf Knax, als fünf Knax, also ich habe die zehn Knax, ja, übergeben, eigentlich, übergeben, eigentlich schon leistet, und dann haben sie sich dann als fünf Knax noch die Knax gehalten. Auf jeden Fall, damit konnte man auch nicht rechnen, nach der UEFA-Konforsitz-Teinnahme, nach der Europanitz-Teinnahme, nach der Champions-Teinnahme, die haben alles gehabt im internationalen Bereich in Kürste der Zeit, und dann ging es drastisch nach unten. Ja, auf dem Viertel-Knax habe ich, ähm, ja, gesehen, Bayern 04, Leverkusen, also, da kann man nur schmunzeln, gerne, Leverkusen hat die Saison seines Lebens gespielt, und sie ist am Ende auch verliebt, Doppelsieger geworden, fast ja auch Doppelsieger, mit 51 Spielen, 51 Spielen ohne Niederlage, also das ist wirklich ein Weltklasse-Niveau, und, ja, das habe ich anscheinend nicht so empfunden, konnte natürlich auch, wie man sich das unter Xavi Alonso so krass performen, und auch in der Nachschubzeit noch tausendmal treffen würden. Ja, Viertel-Knax auf jeden Fall, natürlich viel zu wenig, haben am Ende auch die 90-Kunden-Marke erreicht, die legendäre, und, ja, genau, Viertel-Knax geht, wie gesagt, nicht in Ordnung. Auf Platz 3 habe ich den BVB gesehen, ja, das sieht man eigentlich auch als neutraler Fußball-Fan, wenn man den BVB betrachtet, ähm, das kann man auf jeden Fall so sehen, aber, ähm, genau. Dortmund hat in der Liga absolut keine Bäume ausgerissen, die wurden am Ende 5er, trotzdem haben sie die Champions League erreicht, genug nicht, würde ich mal sagen, und, ja, damit, ja, Trigger, Karsha vorbei, aber, kann ich euch auch nicht so viel zu sagen, auf jeden Fall sind sie ins Champions League-Finale gekommen, das war ja die Real-Machricht, ähm, genau, am 1.6. war das ja, und, das haben sie dann leider, naja, mit 0 zu 2 verloren, und, ja, so gibt's auch nochmal ein intensiveres Video, aber, kommen wir nochmal zurück, 5-Ger-Pnax, Mui-Life, ich hab's ja auch mit 3-Pnax gesehen, ist in Ordnung, kann man da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Auf Platz 2, und damit als fixer Meister habe ich gekippt, ja, RB Leipzig, die roten Bullen, ja, und, das kann man auf jeden Fall mal so machen, weil, ja, ich finde, die haben jedes Jahr die Chance auch, um die Meisterschaft mitzuspielen, haben sie dieses Jahr dementsprechend auch nicht getan, da sie ja nur auf die Pnax genannt sind, und, genau, ja, 2-Pnax-Unterschied ist nicht schlimm, ist nichts Dramatisches, und, ja, Anstelle von RB Leipzig wurde ja auch der Frau bis Stuttgart gegeben, im Übrigen, hab ich aber auch schon am Anfang des Videos erwähnt, deutscher, ja, fixer Meister, als fixer Meister habe ich gesehen, RB Leipzig, ja, das ist auch völlig zu Recht, weil die spielen auch eigentlich immer gut Uni-Meisterschaft mit, jetzt, diese Saison weiß ich überhaupt, ja, die drei Kandidaten, Bayern, Stuttgart und Neberkursen, ja, Stuttgart wurde dann am Ende, natürlich, wie schon am Anfang des Videos erwähnt, fixer Meister, hochverdient, und Leipzig am Ende Vierter, ja, 2-Pnax-Unterschied auch wieder, ja, verrutscht, aber das, das ist die neue Ordnung, und, genau, als deutscher Meister habe ich den FC Bayern München gesehen, die haben mich, ja, gänzlich enttäuscht, und, ja, Leberkurser kann am Ende das Ding hochverdient geholt, und Bayern wurde nur Cricker, und das nach, glaube ich, 12 Jahren oder so, oder 13 Jahren, auf jeden Fall nach einer Langzeit, dass die mal wieder Cricker wurden, und, äh, genau, das war meine Bundesliga-Projektion zu der ablaufenden Saison, kann man ja sagen, und ich muss sagen, ja, ich habe selbst sehr, sehr viele Teams unterschätzt, aber manche überschätzt, Frankfurt als einziges Team dementsprechend komplett richtig gekippt, und, aber sonst, ja, kann man auch jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, hier sehe ich es auf jeden Fall nochmal bei, ähm, Tabellen, die eine von mir, die andere, die, ähm, so, äh, ja, im Real Life entstanden ist, und, genau, damit war es auch mit dem heutigen Video. Genau, und damit, wenn euch dieses Video wie immer gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und dann bin ich auch raus. Bis zum nächsten Mal, hau ich rein, und, ciao.